Willkommen zurück, Leute, zu Super Meat Boy, dem letzten und dem letzten Level der Dark World in der Hölle. Und wisst ihr was? Ich mach mir gar keinen Stress. Das ist heute einfach die Aufgabe, die es zu schaffen gilt, dieses Level hier. Und ja, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn ja nicht, dann nicht, keine Ahnung. Ich mach mir keinen Stress. Ich mach das ganz in Ruhe. Also, ist mir doch egal. Ich seh schon, dass ich mit dieser Stelle hier... Warum sterbe ich da eigentlich? Kann mir das bei einer sagen? Weil eigentlich, äh, ja, eigentlich seh ich da gar nicht mal unbedingt den Grund, warum ich da die ganze Zeit gestorben bin vorhin. Uah, ähm, okay, nein, nee, nee, nee. In diesem Level werd ich vielleicht auch sagen, das A-Plus ist mir egal. Mal schauen, mal schauen. Haben wir das ja schon so ein bisschen angeschaut in LPs? Und, äh, bin da zu der Erkenntnis gekommen. Das ist mir, glaub ich, egal, ist, ob ich das, äh, A-Plus mäßig schaffe. Oh mein Gott. Und ich hab's direkt fertig. 31 Sekunden hätte man Zeit gehabt. Welche Zeit hab ich denn? Ja, gut, hier, ne? Wusste ich halt auch nicht, wie's losging. Das ging jetzt ein bisschen schneller als gedacht, tatsächlich. Okay. Wo hab ich denn so viel Zeit? Ja, gut, hier, das dauert ewig. Also, wenn... Ja, da müsste man passend hinkommen. Hm. Ich glaub, ich mach's so, dass ich, wenn ich nochmal irgendwann der Meinung bin, ich hol das nach, dann hol ich's nach. Das ist halt echt nicht viel. Alter, 0,35 Sekunden. Hm. Aber wir machen trotzdem zurück zur Karte. Ähm. Und, ja, ich, ich, äh, stell mir das frei, ob ich das noch auf A-Plus mache. Ich bin nämlich jetzt einfach, schlicht und ergreifend, froh, dass es so unproblematisch lief. Und würde sagen, wir gehen nach Rapture. So, das ist also die Welt nach dem Atombombeneinschlag. Rapture. Kapitel 5. Okay, dann schauen wir mal, wie Rapture so laufen wird. Und, äh, ob das alles noch angenehm cremig ist oder eher schon Bullshit. Bullshit-O-Reno. Mal schauen, ob das Bullshit-O-Reno wird. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, das könnte, könnte das werden. Aber, naja. Das hatte ich schon oft, das Gefühl. Das hatte ich ja auch schon oft. Ähm. Wann muss ich da denn im besten Fall durch? Das sind die Fragen, die die Welt, äh, Ja, so, ne. Würde ich schon sagen. Da ein bisschen hochrutschen. Und dann einfach da durch. Ja. Wo ist denn das Problem? Jetzt könnte man vielleicht noch hier... Nö. Da wäre eine Warp-Zone. Warp-Zones sind mir natürlich erstmal... Egalo. Carlo. Level abgeschlossen. Rad A-Plus. Wunderbar. Wow. Das läuft viel besser. Das sind diese... Sagenumwobenen Magneten. Hm. Wollte nur mal kurz gucken. Die... Mal gucken, wie die funktionieren. Ich hab's ja selber noch nie erlebt. Okay. Genauso, wie ich's mir vorstelle. Äh... Na ja. Nee. Mal schauen. Ich hab noch gar keinen Plan, wie die funktionieren. Die drücken dich also so ein bisschen weg. So müssen wir uns das vorstellen. Die drücken mich so ein bisschen... ...weg. Und das ist eigentlich... ...auch mit einem A-Plus zu schaffen. Auf jeden Fall. Weiter. Ist doch alles easy peasy. Die drücken mich jetzt wahrscheinlich runter, ne? Ja. Der drückt mich hoch. Der drückt mich auch hoch. Bist du die drücken? Moment. Komm ich da noch in? Oder... Nee, da komm ich... Oh, tschüss. Machen wir es uns mal ein bisschen einfacher. Moment. Hatte ich gerade einfach nur Luck, dass das einfach passte. In Perfektion. Ah. Ich glaub, ich muss dazwischen landen. Ich glaube echt, ich muss da einmal kurz dazwischen landen. hat sonst wohl kein großes kreotes, okay kreotes Bandage das will ich eigentlich nicht, ne nur mal so, ich möchte dieses Bandage eigentlich nicht, aber ich glaube ich komme da sonst nicht richtig vernünftig rüber zumindest nicht geh ruhig ein Stück weiter, Wolle, das passt schon du kannst auch da rum genau und hier und hast du nicht gesehen und jetzt warte ich einfach, komm nein, ich erlaube mir das jetzt einfach zu sagen, hey wenn es keiner plus ist, ist halt keiner plus ist erlaubt ich möchte das Spiel einfach nur durchspielen das wäre mir schon, ich bin ein Trottel ich bin doch ein Idiot möchtest du das Spiel einfach nur durchspielen dann bin ich eigentlich auch zufrieden ich habe es ja von Anfang an gesagt, ne, dass das eventuell dass selbst das Durchspielen zu schwer sein könnte für mich okay, einfach gar nicht springen ist hier wohl die Devise okay, Level abgeschlossen wir haben zumindest das Bandage, aber kein A plus was haben wir denn für eine Zeit abgeliefert? 19,54 naja, weiter geht's Level 4 in Rapture ja, ich mache es jetzt einfach so, wie gesagt das ist mir jetzt ich erlaube mir, wow wow, ich erlaube mir das einfach ah, wow ach du Scheiße da musst du glaube ich echt zack zack, zack machen, weil der Magnet oder was auch immer das sein soll der macht mit dir, was er will der macht mit dir in dem Moment, was er will, nämlich schiebt dich zurück du musst da so gleich so hoch springen dass du weiter kommst ja, was weiß ich denn was weiß ich denn warum bin ich narrisch was, 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 was was soll ich das denn soll ich das riechen, Leute soll ich das riechen kann ich nicht riechen das ist ein Ding das ist ein Ding das ist aber ja, ne ja, lecko mio am Arschloch ne, das ist aber Wahnsinn ähm Frage wie soll das denn bitte gehen da komm ich doch niemals hoch weee weee keine Ahnung weiß ich nicht ähm so oh nein und dann schiebt er mich natürlich gleich wieder zurück Arschloch das ist ein fucking Arschloch das Ding ja, passt schon passt schon ich glaube es geht doch ich glaube es ist doch machbar ist auf jeden Fall machbarer als in der ersten Sekunde gedacht das weiß ich aber ich kann mir echt nur vorstellen dass ich das tatsächlich so hier so machen muss und dann what okay wieder kein Abfluss was hätte ich denn 13,5 ich hatte irgendwas mit 16 ne 16,97 ja wie gesagt ich erlaube mir das erstmal hab ich das dann äh okay oh das ist eigentlich könnte ganz cool sein könnte ganz cool sein okay dum da dum aha das ist ein cooles Level auf jeden Fall das ist auch ein A plus Level würde ich behaupten müssen glaube ich echt äh ist wieder kein Abfluss das war doch bestimmt auch wieder super dicht dran vorbeigeschraubt oder 12,5 12,65 da muss man auch sofort sofort irgendwie reinkommen würde ich mal behaupten okay oh okay okay und da heißt es auch wieder verflucht schnell sein wo ist jetzt was aufgegangen wahrscheinlich beim Bandage Girl könnte ich mir vorstellen ja beim Bandage Girl geht auch auf jeden Fall was auf von daher okay zack zack und ah ich glaube da kann man vielleicht sogar so einfach rein kann auch sein dass ich mich da täusche yes und da haben wir auch endlich mal wieder ein A plus bekommen man das wurde aber auch Zeit sowas ist hier Phase aha aber verkackt oder ah ne die gibt es da unten noch äh Knopf oh ne ey was das ist krank da müsste man eigentlich sofort sofort kriegen das ist glaube ich schon ein bisschen das ist eigentlich Pflicht das ist eigentlich Pflicht die Sägen sind eigentlich nur dafür da dass du dich danach wenn du ihn nicht sofort einsammelst direkt umbringen kannst und das tue ich auch natürlich ja oh god ich hab so viel Angst oh nein wo ist hier nochmal der Knopf da boah hollo ähm ach wir kommen ja zurück oh nö oh nö die Sägen die sind doch ein bisschen gefährlicher als gedacht so hm ach so doch da könnte ich so runterrutschen dann ah aber das das kann er das kann er der Wollo das kann er muss so machen komm ein Idiot das wäre so ein typischer Idioten-Move von mir Level abgeschlossen ist zwar auch kein Abfluss können wir mal kurz gucken was wir da haben 23,42 oh so ein dummer Shit ist halt ganz knapp ich weiß wirklich nicht sollte ich das noch machen sollte ich das nicht machen wow man weiß es nicht oder Leute man weiß es noch nicht sowas kann ich nicht ich kann mit Meat Boy nicht so so gut planen wo ich zu stehen habe uhuhu scheiße und die letzte Stelle oh Gott oh Gott das ist zumindest nichts zeitlich wo ich sage das ist zeitlich bedenklich oh mein Gott oh no please please du hast es doch bestimmt gleich geiler Typ geiler Typ geiler Typ ah plus oh man also diese Light Walls da kommt man schon ganz gut durch ah oh cool der kann mich töten ha das ist ja super wenn da mal nicht super ist ne dass da so ein Typ ist der mich töten kann das finde ich ja spitze äh ja ich wollte gerade sagen Jungs wieso kommt ihr mir nicht hinterher der ist schon wichtig ne weil ansonsten wüsste ich nicht unbedingt wie ich das hier mache naja okay springen die eigentlich ja ich sage irgendwie gerade so aus als würde der nicht wirklich das Bedürfnis haben zu springen okay okay ich bin doch vorher noch gut an ich bin doch vorher noch gut an dem vorbeigekommen so Alter wo mein so zack weg zack ich muss schon sagen die machen mir doch mehr zu schaffen als gedacht okay oh vor allen Dingen werden es dann drei werden das ist interessant das ist auf jeden Fall interessant oh mein Gott oh mein Gott bringt euch doch bitte gegenseitig um Jungs bringt euch doch bitte gegenseitig um der eine kommt halt nie nach das ist ein bisschen hey muss ich den doch enger bei mir halten oh jetzt hat ich wollte gerade sagen jetzt hat er ganz hinten wenn der da bleiben würde ne würde ich absolut Spitzenklasse wäre das ah ich dachte schon die kommen komm her nein scheiße da hätte man jetzt ganz schnell durch können müssen zack ah ich wollte halt nicht wieder zurückspringen um ihn hier nicht unbedingt auf den Plan zu rufen aber da da kommst du nicht drum rum da kommst du nicht drum rum kommt her alle Mann yes jetzt hab ich's ha geht doch welcher Zeit soll man das eigentlich schaffen 19,5 wir hatten 20,85 hau nicht so weit da hinten aber diese Sekunde da die du da rausholen sollst die wird ultra heftig das ist halt so ähm achso da kommt ein Schlüssel da kommt ein Schlüssel und wir müssen durchhalten kann ich euch in die Säge locken vielleicht oh scheiße oh nö wie soll das denn gehen wie soll das gehen ganz ehrlich Leute keine Ahnung ich wollte gerade sagen irgendwie werden es nicht mehr so viele wie gedacht hm 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 ok jetzt jetzt kam nur einer jetzt kam nur einer ich glaube ich machen wir wirklich hier so ein bisschen jetzt kommen gleich direkt zwei ist das zufällig oder hat das doch irgendwie was damit zu tun wo ich stehe ok wie komme ich da hoch wie komme ich denn da hoch von der anderen Seite aus komme ich da hoch ähm ich weiß leider nicht so wirklich ich weiß leider jetzt wirklich nicht wo ich hin muss es macht eigentlich Spaß die Typisch hier auszutricksen ich weiß noch ach so ne ok doch das geht level abgeschlossen hätte man 15,5 ja ist theoretisch eine machbare Zeit Problem ist halt mal schauen ihr könnt es ja mal in die Kommentare packen wie ihr das gerne haben wollen würdet würdet ihr darauf bestehen dass ich das A plus hole ist es eigentlich egal ob ihr darauf besteht ich werde es sowieso selbstständig entscheiden wir sehen uns Leute bis dann und ciao